Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, weiter geht's in meiner Reihe 30 Tage 30 Videos. Es ist die letzte Woche vor Weihnachten. Das heißt, auch meine Videoreihe neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Ich habe noch einiges, das ich euch gerne zeigen würde und die Zeit wird langsam knapp. Also es könnte durchaus sein, dass am Ende da sowas steht wie 30 Tage 34 Videos. Also lassen wir es mal auf uns zukommen. Vielleicht dehne ich das Ganze noch aus in Richtung Jahreswechsel oder ich werde einfach ein paar Videos am gleichen Tag veröffentlichen. Mal schauen. Ich muss mir ja irgendwie noch ein, zwei Dinge aufbewahren, um nach Weihnachten nicht komplett in so einem Loch zu versinken und nichts mehr zu haben, was ich euch vorstellen kann. Heute handelt es sich bei dem Messer, das ich euch zeigen möchte, um einen alten Bekannten. Ich möchte sogar sagen, um einen alten Freund. Ja, das Modell L08 von Perceval. Ich habe es selbst schon besessen. Ich habe es dutzendfach in der Hand gehabt, in ganz verschiedenen Ausführungen. Von der ganz einfachen Ausführung in Holz bis hin zu Damaststählen, also diverse. Was auffällt, ist, dass im Grunde jedes Messer einzigartig ist. Es gibt tatsächlich immer wieder kleine Unterschiede. Neuere Modelle sind in den Griffen ein ganz klein bisschen dicker geworden, habe ich das Gefühl. Ich meine, auch die Platinen haben etwas an Substanz zugenommen, sodass da wirklich jedes Modell sich von dem anderen ein ganz klein bisschen unterscheidet. Und man dann einfach vielleicht mal, wenn man die Möglichkeit hat, die Messer im Shop auch in die Hand zu nehmen oder vielleicht auf einer Messe, nicht einfach sagt, hier L08 einpacken nehme ich, sondern vielleicht dann auch mal schaut, ist vielleicht bei auf den ersten Blick gleichen Modellen eines dabei, das sich von dem anderen vielleicht ein bisschen unterscheidet und sich in meiner Hand einfach ein bisschen besser anfühlt als das andere. Das kann nämlich durchaus sein. Ja, L08, ein Klassiker. Mittlerweile ist es in den Kanonen bei Percival und auch auf den Shop-Seiten übergegangen. Davon zu sprechen, diesen weichen, ausladenden Formen der 50er Jahre, wie es zum Beispiel bei den Pkw in der Zeit der Fall war, den großen amerikanischen Chevy Bel Air sei da mal genannt. Ja, und aus diesem Überfluss heraus hat man das Gefühl, diese weichen Formen, dieses runde, üppige, ist auch dieses Messer entstanden, wobei es sich hierbei in keinster Weise um ein besonders großes, schweres oder voluminöses Messer handelt, sondern tatsächlich und meiner Meinung nach eines der perfektesten Taschenmesser überhaupt. Ja, und wer die L08-Serie kennt, der wird sich jetzt ein bisschen wundern, denn moderne Kunststoffe und dazu noch in dieser Optik, die sieht man doch relativ selten. Das verwendete Material bei dieser Serie hier ist die Juma. Und ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht. Meine Assoziation, als ich dieses Messer gesehen habe, und die kam unmittelbar, war dieses hier. Das ist die, ich glaube, Hunskopfboa heißt sie. Und ich finde, die Optik, die Ähnlichkeiten sind doch definitiv gegeben. Ja, ich habe das Video, bzw. das Video, ich habe das Messer gezeigt bekommen von Fred Praner. Fred, ganz lieben Gruß an der Stelle. Und ja, ganz herzlichen Dank, dass du mir angeboten hast, dieses Messer mal auszuchecken. Das wurde dir zur Verfügung gestellt von der Firma Brandners Homestyle. Mit der Firma Brandners habe ich ja auch schon einige Male hier das Vergnügen gehabt, zusammenzuarbeiten. Deswegen auch an dieser Stelle ganz, ganz lieben Gruß raus an Michael und Sabine Brandner. Ich hoffe, euch geht es gut. Ja, und ich freue mich einfach, dass ich dieses wunderschöne Stück hier mal auf meinem Kanal vorstellen kann. Wie gesagt, Juma ist das Griffmaterial. Das ist ein hochmoderner Kunststoff, eine Weiterentwicklung des, wie hieß das damals, Elphorin, was damals als Kunststoffersatz für natürliches Elfenbein angedacht war. Das sollte in Farbe und Haptik das Elfenbein imitieren. Und das Juma ist quasi eine Weiterentwicklung dieses Kunststoffs. Ja, und ansonsten ist natürlich alles typisch L08. Natürlich auch unten drin das Ledertäschle zum Transportieren in der Hosentasche. Natürlich haben wir beim klassischen Folder keinen Clip montiert. Mehr möchte ich zur Verpackung und zur Tasche auch gar nicht sagen. Diese kleinen Lederstecketuis sind immer ganz prima. Ansonsten ist es ja genau das, was man sich von einem Percival L08 erhofft. Das ist ein wunderbar verarbeitetes Taschenmesser, was meiner Meinung nach in Performance und in der Haptik nah an der Perfektion ist. Die L08 sind wunderbare Taschenmesser. Die schneiden ganz, ganz, ganz hervorragend. Die liegen super in der Hand. Die sind mit 20,5 Zentimetern Gesamtlänge im Grunde. Ja, so der Sweet Spot, was Taschenmesser angeht. Viele Hersteller versuchen in der Größe irgendwo zwischen 19, 5 und 21 zu landen, weil sich das einfach als ganz hervorragende Größe herausgestellt hat. Dazu haben wir ein Gewicht, das absolut EDC-tauglich ist. Schauen wir uns direkt mal an, was das L08 mit den Kunststoffgriffschalen auf die Waage bringt. Ich weiß, es gibt leichtere Materialien als diese Kunststoffe. Viele Hölzer sind tatsächlich ein bisschen leichter. Hier haben wir 85,5, 85,6 Gramm. Für ein Messer in dieser Größe ist das ein absoluter Topwert. Da gibt es also gar nichts. Zumal wir nicht nur über 20 Zentimeter Gesamtlänge haben, sondern mit 9,5 Zentimetern auch eine Klinge, die im Grunde richtig was wegarbeiten kann. Natürlich nicht als harter Arbeiter. Ich denke mal, für kleinere Schnitzaufgaben, wenn man vielleicht mit den Kindern, den Neffen, den jüngeren Geschwistern oder wem auch immer im Wald unterwegs ist, mal Stöckchen schnitzen, ist auch mit dem L08 kein Problem. Aber ich sehe das L08 eigentlich so als das typische Food Prep Picknick Vespa-Messer, das man hauptsächlich halt zur Essenszubereitung hernimmt beziehungsweise zum Essen hernimmt. Natürlich, klar, Briefe, Pakete öffnen. Das sind ein Klacks für ein Messer mit dieser Klingengeometrie. Wir haben eine Klinge, die etwa zwei Zentimeter hoch ist. Können wir mal ganz vorsichtig hier unten messen. Das ist etwas über 21 Millimeter. Wir haben eine Klingenstärke hinten am Ricasso von 2,27, 2,3, 2,28, irgendwas um den Dreh. Und wir haben mittig gemessen hinter der Phase. Und das war was, was Perceval immer ganz hervorragend gemacht hat. Ja, 0,24 Millimeter hinter der Phase gemessen. Das ist also ein Wert, da träumen nicht nur viele Hersteller, sondern auch viele Nutzer von. Die Dinger laufen, ich will nicht übertreiben, aber fast papierfein aus. Der 19C27 Sandvik ist cryogen behandelt, was immer das genau bedeuten mag. Ich denke mal, er wird nach der Werbebehandlung extrem schnell runtergekühlt, um die Carbid-Struktur zu erreichen, die gewünscht ist. Die Härtung erfolgt auf etwa 57 HRC und ist in einem ganz, ganz langsamen Verfahren geschliffen. Das alles soll wohl gewährleisten, dass man auf eine tolle Schärfe kommt, eine einfache Nachschärfbarkeit hat und trotzdem gute Standzeiten der Schneide. Und wenn all dies erreicht wird, ich selbst habe jahrelang schon Perseval-Messer genutzt, ich konnte nie Schlechtes darüber sagen. Ganz im Gegenteil, gerade die Schärfe, die der Stahl annimmt, die ist meiner Meinung nach ganz herausragend. So ist das auch bei dem Modell kein Wunder, dass das auch problemlos nicht nur Haare mitnimmt, sondern wenn du da den Rasurtest am Unterarm versuchst, dann hast du ruckzuck eine riesengroße kahle Stelle. So scharf ist dieses Teil. In der Verbindung mit diesem modernen Kunststoff, ja, wenn wir eben von den klassischen 50er Jahre Straßenkreuzern gesprochen haben, dann wäre das vielleicht so ja, der 2018er Pimp-Job, wenn sich einer eine alte Karosse geschnappt hat, die erstmal mit dem Luftfahrwerk ordentlich Richtung Boden gebracht hat und dem Ganzen eine neue Lackierung verpasst, dann wäre das vielleicht das Äquivalent, was hier auf dem Tisch liegt. Es hat nach wie vor den Charme des alten Straßenkreuzers und das Ganze so ein bisschen in die heutige Zeit geholt. Jetzt ist es beim L08 nicht so, dass es sich dabei um ein altes, angestaubtes Design handelt. Ganz im Gegenteil, ich finde, das ist nach wie vor eins der schönsten Messer und ich sagte ja auch schon, ich halte es auch für eins der tauglichsten Messer auf dem Markt. Aber jetzt einfach mal mit modernen Griffmaterialien daherkommen. Das Juma gibt es dann auch noch in blau, wobei ich gerade dieses Grün hier, ihr habt das Bild eben gesehen und kennt meine Assoziationen, gerade dieses Grün ganz, ganz wunderbar finde. Für mich ein ganz, ganz tolles Messer. Preise liegen, nagelt mich nicht drauf fest, um 250 Euro. Ist für ein klassisches Messer mit Sandwickstahl definitiv eine Hausnummer, das ist kein Schnäppchen. Aber jeder, der das L08 kennt, weiß, damit kaufst du definitiv ein Taschenmesser fürs Leben. Die L08 Freunde, denen brauche ich das gar nicht zu erzählen. Die wissen ganz genau, wovon ich spreche. Ich habe meins aktuell nicht mehr. Ich weiß ganz genau, dass ich es vermisse und das über kurz oder dann garantiert wieder ein L08 in meinen Besitz kommt. Ich hätte tatsächlich gerne nochmal eins mit einem dunklen Holz. Mal schauen, ob da 2019 was geht. das Humor ist großartig, aber für mich persönlich wird es dann eher wieder eins mit klassischem Griffmaterial werden. Das hier allerdings fand ich so aufregend. Da bin ich einfach nur froh, dass ich es euch mal zeigen konnte. Am Ende nochmal meinen Dank raus an den Fred. Danke raus an Brandners Homestyle. Links selbstverständlich unten in der Beschreibungsbox. euch allen eine wunderschöne letzte Woche vor Weihnachten und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin. Bye bye.